Wir hören jetzt ein Menuet und das ist gespielt von Emma und Jakob. Das ist ein Menuet von Johann Sebastian Bach aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, seine zweite Ehefrau. Und die Geschwister Emma und Jakob werden spielen. Jakob hat schon einige Preise als Pianist gewonnen und begleitet heute seine neunjährige Schwester hier am Cello. Also viel Spaß und euch auch viel Spaß beim Spielen, Emma und Jakob. Applaus 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 Amen. Applaus